Herzlich Willkommen zum zweiten Folge auf der Karte auf dem Marsch. Wir fahren jetzt auf 1450 und dünken da auch. Ansonsten, ja, werden wir mit dem Holz machen wieder, weil andere Arbeiten stehen aktuell nicht an. Der KI hat jetzt im Prinzip alle Felder die Aussaat gemacht, das ist auch die 54. Die 54 weiß ich nicht warum, aber ich will ja im Prinzip, dass ich jetzt irgendwo ein Feld kaufe mit Mais. Das könnte die 53 sein, theoretisch. Wäre ganz schön weit zur BGH, ja, oder 56. Oder die 19, 19 wäre auch ganz gut, weil 19 wäre in unserem Bereich mehr oder weniger, wo wir sagen könnten, aha, das können wir machen. Ja, dann müssen wir noch düngen und Seitenfelder. Füllen bis gerade so ein. Die 1, die 2, die 3, die 13, die 25. Der Kollege arbeitet noch, dann ist er unterwegs, dann kommt die weg auf. Mal schieben, ne? Na, wir schieben nicht, wir fahren einfach rückwärts. Ich hab bald mal den Reifen hier und so weiter geht. Nein, ich muss den Mod rausnehmen für realistische Gewichte. Ich hab's dann wieder vergessen. Aber ich hoffe, es war gar nicht, ich kann denken. Gut. Die 53 brauchen noch ein bisschen. Das heißt, wir haben ja Kaltschreiter. Das bedeutet, wir könnten rein theoretisch einen von den beiden nehmen und unsere Fälle machen wir auch. Das heißt, wir können einfach mal den vorne ablegen. Und noch mal schon vorne ran fahren. Runter. Da stehen die Gewichte dafür. Und der hat keine Pflegebreitung, der kann keine Pflegebreitung. Ah. Das ist ja ungünstig. Wir haben beide keine Pflegebreitung. Wir haben eine schöne Farbe, aber keine Pflegebreitung. So, da hat er eh krank. Ah. Und der kann auch keine Pflegebreitung. Aber die Ausatmung will ich eh nicht machen. Weil der KI hat ja alles gemacht. Über Nacht. Dann werden wir den eh mal wegsteigen. Die Zeit haben wir jetzt nicht. Und nicht. Wir sind ohne. Ja. Dann räume ich mal ein bisschen auf. Der eine fährt dann noch hin zum Feld und der andere ist düngt gerade. Aber den muss ich reparieren. Ich glaube der könnte pflegebreiten. Der ist schade. Gut. Gut. Dann wäre nämlich das Problem auch gelöst. Das hätten wir einen. Weil wir auch unsere eigenen Felder machen müssen. Aber aufhören und später machen müssen wir brauchen. Brauchen wir es nicht. Der Kalksteuer ist leider verkampft. Dann schauen wir uns zum Händlerinkaufungsverein. Der Fahrrad hat sich festgefahren. Ach nee. Richtung 50. Da hängt eigentlich mal ein Dei fest. Ja. Da müssen wir ein bisschen üben. Mit mehr Schwung. Dann geht er. Gas. Gas 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 Gas. Schwung. Jo. 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 środ. Jo. Ja. Jo. Das ist auch gut. Ja. Das ist eine gute Hallo. Naja, jetzt hängen wir fest, in der Tankstelle, wo war der? Achso, da hinten. Wir wollten doch zur Werkstatt. Bei unserem Kaltsteuer ist garantiert Kalk drin, der Club ist im Anschlag, die Pickpacks müssen nirgendwo rumliegen, da werden wir einfach mal unseren Streuer kaufen. Werden wir ein bisschen Geld pumpen müssen. Aber spätestens, wenn wir die ersten Paletten verkauft haben, Düngetechnik... ...wollen wir jetzt mal Geld holen. Dann gibt das nichts. Money, money! Dann müssen wir es bald, äh, naja... Spätestens dann eine große kaufen können. Das kann auch dauern. So... Konfigurieren... Ich brauche immer einen Aufbau. Dann brauche ich die Farbe fast schon mal. Design das ich auch so. Pflegebereichung. Spätestens 20 Meter. Kauferne. So, gut gemacht. Jetzt können wir es im Hof bauen, oder grenzen wir so schnell. Und da schnell auffüllen und dann können wir unsere alten Fälle anfangen mit eins und mit zwei und drei. Na, meist gewachsen. Null. Also es ist gekeimt. Also angepflanzt. Der Kei hat auch angepflanzt. Ob unser nun... Der Film wächst, ist die andere Frage. Das werden wir heute Nacht wissen, denke ich mal. Wenn beim KI-Bauer alles wächst... Und bei uns nicht, dann wissen wir Bescheid. Gut. Der andere wird irgendwo sein. Ah ne, komm. Mal kurz löschen. Machen wir neu. Das ist Feld. 50. 2 Bahnen. 30. 30. 30. Stimmen. 80. 30. 30. 21. 21. wenn er es feichern kann aber tun der andere bewegt sich auch in die richtung und wir gehen jetzt mal kurz zum hof auffassvoll reicht aber auch harmrichtung 1 und deckel zu dass es keine kollision hat jetzt ein plan im arsch so fällt 1 fast 10.000 dünger das ist unser raps sein erst mal schauen wir überhaupt funktioniert überhaupt ob überhaupt klingt. Kann man nicht erkennen. Also hier mal am Tag an. So, Feld 1, 2, Vorgewende. Hier bin ich groß. Aus. Zurück. Speichern. Eine. Düngern. Feld 1, 30 Meter. Ja, das funktioniert. Dann kann er gleich auf die 2 gehen. Und die 2 wird nicht funktionieren. Aber die 26 und 28. 18 kann er gehen. Die 13. Garantiert. Wenn da was gewachsen ist. Wenn nicht. Muss man noch warten. Da muss man noch warten. Ja, nächste Aufgabe wäre. Ja, das dauert noch ein bisschen. Muss ich kurz überlegen. Wir werden mal hier jetzt was verkaufen. Paletten glaube ich. Dazu nur noch mal einen anderen LKW haben. Wo ist der wieder hin? Der ist doch hier. Holz. Da werden wir ganz schnell. Entschuldigung. Ich glaube der arbeitet nicht mehr. Oh, doch der arbeitet. Ja. Wenn der mit der wirklich kein Holz mehr hat. Dann ist es schlecht. Dann sieht es nicht gut aus. Wetter mal Leute. Ja, danke. Holz. Das ist schlecht. Das heißt, wir müssen bald in den Wald. Jetzt müssen wir da mal eine Kuletten holen. Ganz richtig. Und dann Rest Paletten. Wenn wir das U nicht aktivieren. Sonst haben wir gleich die Paletten raus. Die wollen wir gar nicht machen. Nicht jetzt gleich, sondern nachher. Heule. Warum machst du sowas? Jetzt aber. Gut. Den Rest Leerpaletten. Und dann geht es Richtung Baumarkt. Und dann geht es Richtung Baumarkt. So. Den brauchen wir nicht probieren. Outreif. Das wird nicht funktionieren. Nehmen wir an. Die Lenkung ist besser. So. Denk mal können wir 100.000 verdienen. Abso. Ähm. Baumarkt war hier irgendwo. Das. Das. werden wir gleich haben. Baumarkt. lohnzahlungen aus der musik sein könnte auch reißen weil hingefahren ist er auch ich muss gestehen ich war noch nicht offenbar das zweite mal jetzt produktion ist glaube ich ganz entscheidend bis weiterkommen und damit lässt sich ganz gut gesodinien in anführungszeichen man muss auch viel vormachen man muss ja entsprechend auch die ganzen bäume fällen die bäume müssen ja gepflanzt werden und man muss vieles selber tun also bei befördern das geht nicht alleine jedenfalls nicht so wie man es will das war fragt nicht drüber oder ich war einfach daneben so z oh das gibt eh nicht mehr geld wahnsinn kann man das Gericht ausmachen ne wie schön Ruckzuck ist es weg so liebe Zuschauer das soll es für die Warnkirke Folge ich danke fürs Heitschauen dann seid mal süß und Warnkirke Ciao Ciao ich weiß immer noch nicht morgen oder heute zur zweiten Folge Tschüss